Hi, Matthew, Matthew, Matthew Und hier muss ich voll ablischen die Arme Ja genau, das war, anschalten wir früher was Guten Tag Guten Tag Das ist echt eine Belastung Weil das ist richtig, ja, das stimmt Also, nee, wir kriegen Ah, gut, dann ist es aber, wenn wir nicht los sind Schade, warum ich so schön bringe Ich bin gleich so früh Ich bin gleich so früh Ich bin gleich so früh Ich bin gleich 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 Jaswijn, das ist ein Stoere Meid, die will ich für keine Hoffnung mehr kwijt. Sie ist lief und auch sehr schlimm, von daher, dass ich sie jetzt... Da hat sie jetzt gemacht! Kareltje und Jaswijn, k-k-k-k-Kareltje und Jaswijn. Hey, Kareltje und Jaswijn, k-k-k-k-Kareltje und Jaswijn. Das ist nun mal gezellig, dass ihr das habt. Hey, jongens und meisjes, pappas, mamas, opas und oma's, ist es ein bisschen leuk in Park? Ja! Allemaal welkom bij ons in het hotel, in het Kikaballa Hotel met 999 kamers. En in elke kamer beleef je weer een spannend avontuur. Ja, cool he. Hey, maar jongens en meisjes, in welke attracties zijn jullie dan al allemaal geweest? Ja, da sind wir in geweest, roep maar, roep maar. In de Tornado? Tornado, in de... Ja, das ist gut. In de Tornado? In de Tornado? In de Tornado? In de Tornado? Ja, de... Ja, de... Ja, de... Ja, bontjes hoor ik hier, Riorans hoor ik hier. In de aagpaar. In de aagpaar. Ja, ook in de dingen waar over de kop gaat zo. Ze hebben jullie hier het slijbaan. Ja, ja, ja. Van de glijbaanen. Ja, cool he. Cool he. Hey, heb je van de papas en mamas eens in de olifantjes geweest? Nein, dann geht die nicht hoch. Kareltje, bin ich er klaar für? Ich bin er klaar für, bin ich er klaar für, bin ich er klaar für. Klarover. Klarover? Klarover? Nein, Klarover hat ein Wort. Kareltje, bin ich er klaar für? Ja, natürlich bin ich er klaar für. Hier, jongens und weisjes, sind ihr ihr klaar für? Ja! Papas und mamas, sind ihr ihr klaar für? Ja! 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 Weet jij wel voor? Ik weet niet. Oh, het is een hele belangrijke dag vandaag. Een hele belangrijke dag. Wie weet je onvallig wat er vandaag aan de hand is? Heel belangrijk. Wie weet je? Uh, uh. Uw. Dat is daar. Al verhaal, hoor. Ja, oh, dat is wel geit, Zijfer. Heel erg. Heel erg. Heel erg. Heel erg. Heel erg. We hebben een verjaardel af, want het parken staat 80 jaar. Dus wat zingen we dan? Er is er een 80, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is Jasmin. Ach, Kareltje. Heel erg. Nee, ik ben geen 80. Nee, het parken staat 80 jaar en daarom gaan we een lekkere hele grond doen. Wow. Wow. Kijk dan. We zijn in de kelder. Hier ligt gewoon de hele geschiedenis van het park. Van wel 80 jaar. Kijk de oude achtbaan, wat cool. Hé Jasmin, gaan we eerst op zoek naar m'n boek? Nee. Oh nee, eerst in klas. Nee, we moeten eerst op zoek naar... Hier. En de eerste achtbaan, kijk dan. Oh. Maar Kareltje, waar ben je nu aan het zoeken dan? Ik ben bij haar een kapje aan het zoeken. Oh, en wat vind je daar? Eh, stof. Maar wat zit in haar mandje? Wat zegt u? Wat zit in haar mandje? In haar mandje zit allemaal foto's. Ah nee, wijn en snoep en dingen van oma. Ja, goed hè. Even kijken. Oeh, hier. Dit is helemaal cool. We nemen de volgende keer in je zwembroek mee. Of je bikini, of je bakpak. En dan glijpen ze alle van die glijbaanappen. Echt cool. Je papa moet er voor in. Hartstikke gezellig. Eh, jongens. Jongens, wat is er aan de hand? Wat is er? Kareltje, dit is de klok. Ik hoor haar. Ja, en we zijn al bij nummer vier. En jij bent gewoon foto's aan de tijden. Hij ging vanzelf al. Jij weet helemaal niet wat er in haar mandje zit van roodkampje. Maar we moeten de kinderen. Dus we moeten zoeken. Daar heb ik nog helemaal niks. Hoeveel plaatsen hebben? Even kijken. Zeven? Dankjewel. Nee, maar kan niet liggen. Eh, jongens. Even. Ik weet het niet als mij. Dan moet hij ergens van. Oh, nog even hier. Kom maar, jongens. Deze is vanzelf. Kom maar. Die houden af. Hahahaha. Ja, die houden af. Kom maar. Je moet springen springen, springen. Ich komme aus der Springer! Adele Bioshe! Schmelz Hall und den Spitzenbrot! Es ist ja bloß! WDR mediagroup Gnisch Hier ist es ein Feestland? 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 Hier ist ein mega Applaus! Wir kommen jetzt mal für sich von den Drammenschen an! Für sich von den Drammenschen, die wir können anbieten. Lieber Sie als ich? Ja, wir sind am Ende einer Spannende Avontur gekommen. Und wir wissen in allem, was es ein Feestland ist. Maak elke dag mit je Familie ein Feestland! Helemaal gut. Jungs, wir stehen straks buiten. Mag ich auf die Foto handjes scheren. Fotos durchsturen. Naar Facebook. Kareltje und Jasmin, gleich liken. Wir geben viele leuke prijzen. Und wir haben noch etwas extraes. Um 5 Uhr, um 5 Uhr ist es eine extra Vorstellung von der Dive Show. Als ihr ihn noch nie gesehen habt, geht es um 5 Uhr. Dann ist es noch etwas. Wir sind gleich noch bei der Berggröven. Dann gehen wir in ein Discodal. Dann gehen wir in ein Discodal. Kommt alles gut! Jungs, noch viel viel Spaß in den Park. Und bis zum nächsten Mal! Bye, bye! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk